Oh Annebaum, oh Annebaum, was wird denn heute rausgehauen? Hallihallo, ich bin's Anne wieder. Heute ist schon der 3. Dezember und heute verlosen wir diese, sie ist leider noch nicht da, tolle Diablo-Figur, die uns Herr Blizzard direkt hat zukommen lassen. Dankeschön an dieser Stelle. Die könnt ihr gewinnen mit folgender Gewinnfrage und zwar, wie heißt denn Jochens WoW-Gilde? Das wisst ihr bestimmt alle. Das könnt ihr uns zusenden an gewinn-at-super-games-tv. Der Betreff ist 3. Dezember, also 3. Ihr habt dann wieder eine Woche Zeit, der Gewinner bekommt Bescheid und darf sich dann darüber freuen. Ja, liebe Grüße, tschüss!